Und den nutzt Königsblau zum Doppelschlag, Naldöll hämmert das Leder auf das Tor, Wittwald lässt den Ball abprallen. Bntalib steht genau richtig und vollendet aus kurzer Distanz. Nabil Bntalib 24. November 1994 in Lille, ist ein algerisch-französischer Fußballspieler. Er steht bei Tottenham Hotspur unter Vertrag und ist auf Laibasis beim FC Schalke 04 aktiv. Zudem läuft er für die algerische Nationalmannschaft auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017